Also Welcome back ladies and gentlemen, ich bin's wieder, Adam Seiko, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Fasmo-Phobia und Ostern ist jetzt vorbei, aber da ich gerade hier am Ostersonntag noch am Vorproduzieren bin für die Woche haben wir hier noch wunderschöne Eier und auch wenn der Sound einfach nervig ist wir müssen es uns einfach anhören Wobei, jetzt bin ich gerade am überlegen, ich glaube bis heute, Dienstag, 19. Meinst du, da müsste eigentlich noch gehen, also es könnte sein, dass es sogar noch drin ist, dann würde ich eigentlich noch ganz viel Spaß bei der Eier suchen natürlich Und ja, ich rede über die Fasmo-Eier Wir jagen by the way Paul Martinez und das ist mal, äh, Peter Martinez, ja gut, wer ist jetzt Paul, wer ist ein alter Name? Peter ist neu, der gute Peter Martinez Wir müssen ein Bentejagd räuchern, brauchen ein Foto, müssen den Bereich räuchern und wir befinden uns im Edgefield Street House Vielleicht als nächstes gibt's Wille und danach kommen wir wieder zu den größeren Gebäuden, da freue ich mich schon mega drauf Vor allem auch im Prison gibt es jetzt manche Änderungen, beziehungsweise Anpassungen bezogen auf Licht und Zum Beispiel die CCTV-Monitore haben Weiß ich gerade gar nicht mal, ob die stärker leuchten oder schwächer, aber jedenfalls daran hat man gedacht Jetzt habe ich meinen Thermometer dabei, nicht wie in dem letzten Video Ich muss es mitnehmen, ich muss es mitnehmen, so ein bezauberndes rosa Ei muss man mitnehmen Wobei, das müsste man eigentlich mitnehmen, weil das ein krasses Pink hat Aber ist okay Ich muss einfach den Eiern widerstehen und, Alter, sind hier viele Eier Jetzt, wo ich keine Eier mitnehmen will, ich überall Eier Jetzt sind wir überall Eier Hier zum Beispiel, neben der Wasserwaage, Ei Das ist so schlimm, da Ei Schau mal, Spinde sind dicht, okay Da Ei Ich sollte eigentlich mal alle mitnehmen und schauen, ob wir wirklich alle finden, aber irgendwie Ich mag dieses Geräusch einfach nicht Nein, ich mag das Geräusch einfach nicht Ich glaube, das können wir dann in Prison oder so machen, aber Okay, wir warten jetzt hier, bis es temperiert ist Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest gehabt Ich zum Beispiel Ich feiere ja schon nicht mehr die einzige Person in meiner Familie, die eigentlich wirklich noch Osterfest ist Meine Schwester, die ist dann mal sehr gehypt Allgemein auf diese ganzen Familienfeiertage Finde ich sehr cool Dieses Jahr war sie jetzt in Kanada, auch lieber im Geburtstag Und deswegen, ja, konnte ich jetzt mal ein bisschen entspannen Macht natürlich Spaß, ja, und ich sag mal so, mit der Familie Zeit war übrigens immer schön Aber ich finde, man braucht dafür keinen Feiertag Man kann doch auch mal so unter der Woche Einfach irgendwann, wenn man halt gerade Zeit los hat, kann man doch auch mal Zeit mit der Familie verbringen Das ist so meine Ansicht Auch immer so an, beispielsweise Weihnachten, Geburtstag Aber es ist immer so, es hätte auch sein können, dass man sich das ganze hier über den Schädel eingeschlagen hat In Anführungsstrichen natürlich nur Aber an den Tagen ist dann alles friedefrei, der Eierkuchen und bereits am nächsten Tag, bam Ist wieder beschissen Und deswegen bin ich da nicht ganz so der Fan davon Wie sagt das auch? Deswegen habe ich auch nichts dagegen, dass jetzt Mehr oder weniger dieses Jahr Ostern ausfallen, ne? Und vor allem Schnee an Ostern Das ist Bescheid Das Wetter dreht ja komplett am Rad in letzter Zeit Vor einer Woche hat es hier teilweise noch geschneit Gut, das waren halt eher nur so ein paar Sekunden, also es ist nicht wirklich liegen geblieben Aber es hat geschneit Und auf einmal, bam Auf einmal Beispiel jetzt gerade hier Wir haben morgen, da bin ich auch ganz froh 24 Grad Draus, Außentemperatur ist irgendwie Keine Ahnung, 12, 13, 14 Ja, aber durch die Rechner merken natürlich noch mal ein bisschen stärker Alter Bin jetzt schon am Verrecken Wie soll das dann werden, wenn es mal über 30 Grad hat Dann setze ich jetzt bei 40, 50 Tschüss Ganz ehrlich, kann ich euch jetzt schon mal sagen Da werde ich bestimmt nackt aufnehmen Gut, man wird nichts sehen, ist ja eine Facecam und keine Piepshow Aha Ein Ei auf der Casting Couch War ganz schön Okay, hier ist alles clear Wir haben beide beiden noch keinen Knochen gefunden Und noch kein verfluchtes Objekt Was bedeutet Antagramm habe ich nicht gesehen Hier ist auch dicht Es könnte aber sehr wahrscheinlich sein, dass wir Voodoo-Puppe haben Hier ist auch noch alles clear Servus Hier ist nichts bewegt worden Wunderbärchen Auch keine Knochen Sehr schön Hier ist auch alles clear Kein Knochen Zwölf Grad Elf Grad Wunderbärchen Da Manche Eier sind echt gut versteckt Andere sind einfach nur so So Ja Wir müssen irgendwie alle Eier unterbringen Ich lege es einfach mal dahin Aber trotzdem Wie gesagt Besser sowas Als gar kein Update Da wäre ich sonst blöd Wenn du kein Freezing hast Wenn du kein Freezing hast Aber ist nicht gewachsen Und deswegen ist der Testimometer sehr sehr praktisch häufig Mir zum Beispiel hilft es oft Und deswegen nehme ich es auch mit Ich möchte nur den Raum Ich möchte nur den Knochen suchen Und da nicht angehen Aber Interessantes Das hat er gemacht Als ich drin war Ah und hier ist unser Knochen Speedbräder macht Wobei Das zum Beispiel war jetzt auch Okay ja Klopfer an die Scheibe Ich brauche jetzt erstmal meine Lampe Ich habe jetzt nicht nach der Videopuppe geschaut Muss ich gleich nochmal machen Karten haben wir auf jeden Fall nicht Spiegel haben wir nicht Box haben wir nicht Videobot haben wir nicht Wird dann natürlich sein Dass wir unten im Keller Das Pentagramm haben Dass ich es nicht gesehen habe Aber Wüsste ich jetzt nicht Also Eigentlich Wird das aufhören Weit waren wir unten im Keller Also Aber Oh Wir haben Finges Nice one Freezing Finges Müssen wir noch die Box checken Beziehungsweise Nein Wir müssen nach Ruhr abschauen Box können wir ja gar nicht haben Wir haben ja nur zwei Beweise Und dann hätten wir eben auch Den Orbseiter zum Mimic sein So Wir haben ja alles Schauen wir mal Ist hier eigentlich irgendwo noch offen Nein Also wir haben nur einen Der ist hier schräg gegenüber Das geht los Aber sollten wir das Ganze so aufmachen Wenn ich hier Da rein Okay Und jetzt Püppchen Püppchen ist nicht da Dann habe ich das Pentagramm Ja krass oder? Wart mal Was hast du aufgemacht? Aha Ja gut Dann holen wir das Pentagramm Bei Südobot bei Sie haben wir garantiert nicht Die Karten haben wir nicht Die Karte haben wir nicht Die Uhr haben wir nicht Äh Die Musikbox haben wir nicht Ab nach unten Ab nach unten Haben wir wirklich das Pentagramm Ja Dann haben wir das Pentagramm Entweder ich war nicht unten Oder ich habe es Oder ich habe es Ja Oh 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 Instagram, dadurch können wir dann immer noch feuchern und anders, deswegen ja, wir können zwei nehmen, was bedeutet, wir sind noch über 50%, deswegen du bist draus, du bist draus, das sind unter 50% Geister. Wenn der Geist, für alle, die es vielleicht verwirrt oder fragen, hey, wie kommst du da jetzt drauf? Die Sanity Filmen geben 20% Sanity im Abtromode. Was bedeutet, wenn ihr zwei nehmen könnt, habt ihr 40% Sanity verloren, respektive 50, wenn ihr drei nehmen könnt, habt ihr 60 verloren, respektive 70. Ungefähr so ein 10, ein Puffer gibt es. Klar, viele würden jetzt denken, ja, wenn das respektive 10% sind, dann kann es so sein, dass du 50 hast. Aber das Problem ist, wenn die Jagd auf 50 startet, wenn die Jagd dauert im Abtrom ungefähr, sagen wir mal jetzt, 40 Sekunden bis eine Minute ungefähr. Pro Minute verliert man um die 4,8% plus minus. Was bedeutet, wir haben auf jeden Fall 3% vielleicht verloren, vielleicht 4% sogar, was bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir jetzt 50 minus diese Prozent machen, sind wir auf ungefähr 45 plus minus. Alles ein bisschen gerundet, aber, ne, verschiedenweise meine, wenn er auf 50% anfängt, kann es nicht sein, dass wenn wir dann nach hinterher im Wän sind, nach der Jagd, auf 50% sind. Somit hätten wir jetzt 3 nehmen können. Wer ist ein 50%-Geist? So, das bedeutet für uns, wir müssen jetzt nach einem Orb schauen, das ist natürlich super, bei einem Mimik, weil ich nehme hier 2 Camps mit. Problem ist, wenn es denn wirklich ein Thermal ist, dann ist ihm das wurscht, dass wir hier seine Gepinke machen. Dann ist ihm das sehr, sehr wurscht. So, also schauen wir mal. Nicht verwirren lassen, was da draußen sind, keine Orts. Ich glaube natürlich, dass immer noch hier ist. Schauen wir mal, was sagt das Licht? Jo, theoretisch, das ist noch hier. Wo ist mein Thermo? So. Kann ich verwirren lassen. Ihr habt das gesehen, ich habe das schon mal mit in die Hand genommen, hatte erstmal 20 Grad. Ja gut, jetzt haben wir auch Atem. Deswegen da nicht verwirren lassen, am besten erst. Ich will so klingt mein Lecker. Wollte vielleicht aufstehen. Na ja, guten Morgen. So, bup. Wir haben es in der Regel so gemacht und häufig so gemacht, dass wenn man Schnee hat, dass die Orbs sich dann atypisch verhalten. Durch links rechts fliegen, nach oben fliegen und so weiter. Deswegen können wir jetzt eigentlich auch sagen, das sind keine Orbs. Die halt eben schön gemütlich nach unten fallen, schön wie jeder andere, wie jedes andere Flöckchen werden wir schon natürlich hier trotzdem nochmal durch. Aber es ist schon, es ist schon sehr wahrscheinlich, nicht, dass wir ein Mimik haben, sondern einen wunderschönen Dämon. Natürlich, klar, der gute Peter ist, dass der ein Dämon ist, das müsste er sein. Wenn der ja auch im Bereich räucht und räucht ein Foto vom Geist, das machen wir einfach mit dem Zirkel. Ich will jetzt Dämon aus. Dann würde ich sagen, jetzt alles vorbereiten, Räucherstäbchen rein, Fotoapparat rein, Zirkel beschwören, Foto machen, oben an der Treppe räuchern, beziehungsweise hier oben die Räucherstäbchen nehmen, dann gehe ich ja, zur Haustür. Da haust du einen Räucher dann. Das Problem ist, es ist immer schwierig, sowas wie Räucherstäbchen zu nehmen, wenn es flackert. Deswegen mache ich das oben an der Treppe, denn durch diesen Höhen unterschied flackert es nicht. Damit kann ich die Räucherstäbchen entspannt dann nehmen und ein ganz ein bisschen sicherer. Hier lege ich vor, ich sei bei oben an die Treppe, das könnte ja sein, als er oben ein bisschen zu aktiv ist oder dann doch irgendwie in meine Richtung kommt und dann wäre es kacke. Weshalb ich nur an Mimic gedacht habe, was, wodurch ich wahrscheinlich er dachte, dass es Mimic ist, war bei, wenn wir kurz schneller vorkommen. Mimic, ja, Hantu Jansand raus. Okay, Ladies and Gentlemen, noch mal, mit wem wir es zu tun haben. Oh. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber es könnte sein, dass er gerade angefangen hat, als wir bewahren sind. Ich habe doch kein Foto, wobei, 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 nein, ich habe den ja in Wellen getragen. Leischer, warte, warte mal. Meine Ratte. Das Problem ist, er ist genau, bevor ich die letzte Kerze angezündet habe, ist er gespawnt. Was bedeutet, wir haben eigentlich den, ne, der Geist hat schon angefangen, wir haben ja einfach nur einen Runden gespawnt, deswegen haben wir auch kein Foto, ne, weil hier ist zwar die Wolke, ne, wir haben ihn gespawnt, aber er konnte schon laufen, weil er bereits oben war. Ich habe ihn praktisch nur von oben runter geholt. Klingt so falsch. Das war Glück im Unglück. Das war Glück im Unglück. Okay. Ich überlege gerade. Er wird umspawnen. Er wird umspawnen. Das wird jetzt, ich habe das einmal hinbekommen. Ich habe das einmal hinbekommen. Er fängt an zu jagen. Ich mache ein Foto, während er auf mich zukommt. Nimm danach die Räucherstäbchenräucher, Abmarsch in in der Taste World. By the way, jetzt sind alle, die sich gefragt haben, wieso ich nicht ganz so viel Geld habe, wie vielleicht andere, die das Game Hardcore suchten und ne, wegen sowas. Wegen sowas habe ich vielleicht nicht so viel. Kann ich mir doch sagen, Ladies and Gentlemen, Verbraucherschutzhinweis. Ihr solltet vielleicht nicht einen Jagd, während der Jagd versuchen, ein Foto von dem Geist zu machen, danach Räucherstäbchen zu nehmen und zu räuchern und abzuhauen. Das könnte ab und zu ein bisschen eng werden. Ich werde das jetzt machen. Einmal, weil ich nichts Besseres zu tun habe, scheinbar. Äh, habt ihr die Tür gesehen? Okay. Das wird auf jeden Fall nicht einfangen. Also. Oh, Das war jetzt vielleicht Minimal knapp. Das Problem ist, vielleicht müssen wir es nochmal machen. Wir müssen es nochmal machen, Titsberl. Batman. Ich hatte nämlich gedacht, ich habe die Räucherstäbchen schon. Baut schon den Schnitt zurück. Zum Glück konnte ich sie nochmal nehmen. Alle guten Dinge sind rein. Wir versuchen es auch. Ich habe nichts Besseres zu tun, als zu versuchen, den Geist zu räuchern und ein Foto-Revent zu machen. Aber na, wenn man halt Solo unterwegs ist, da muss man halt, da muss man es selber machen. Wer die Mitten hat, muss man es selber machen. Check. Okay. Ich habe auch jetzt einfach nur random Fotos gemacht. Jetzt versuche ich wirklich mal drauf zu achten, dass ich den Moment abpasse. Theoretisch sind es ja ungefähr bei normalen Geistern, wie lange sie unsichtbar sind, ungefähr 0,5 bis 1 Sekunde. Ja. Also ich bin der übeste Genius. Ich werde das bestimmt abpassen können. Da kommt der. Oh, ich glaube, das war verdammt knapp. Ich glaube, das war verdammt knapp. Nicht nur, dass er beides aufgemacht hat, sondern er stand auch genau davor. Okay, jetzt ist es mir warm. Also, ja, nein, klar, wenn der, wenn ein Gegner ein Dämon ist, dann spiel noch mit ihm. Ladies and Gentlemen, also wie gesagt, Verbrauchsschutzhinweis, vielleicht solltet ihr dann einfach, wenn es ein Dämon ist und wenn ihr alles habt, bis auf ein Foto, dann vielleicht lieber abdüsen. Und ganz ehrlich, es wäre alles sinnvoller gewesen, dieses Büchlein hier voll zu ballern mit Stufe 3 Finger abdrücken. Äh, mit 3 Sterne Finger abdrücken. Das wäre viel, viel, hätte euch viel mehr Cash gebracht. Gut, jetzt mit der Quest, schwierig, aber sonst wäre es einfach besser und das wäre auch ein bisschen sicherer. Gut, gegen Dämon ist nichts wirklich sicher. Dann natürlich schön mit den Gruzwechsen ausstatten und Sanity Pin nehmen, aber dann einfach das Buch voll klatschen mit Stufe, äh, 3 Sterne Finger abdrücken, abdüsen, 40 Dollar durch die Fingerabdrücke kassieren. Das ist genauso viel wie die Quest. Und vielleicht kriegt ihr noch ein Event, wodurch ihr dann sicher ein Foto machen könnt. Ich lüse das erstmal ab. Mir ist warm. Insofern wir keinen Orb haben, haben wir einen Dämon. Und, ja, war doch lustig. War doch eigentlich relativ entspannt. Wie gesagt, jetzt sollte auch geklärt sein, wieso ich vielleicht nicht ganz so viel Geld habe wie alle anderen. Aber zumindest konnten wir jetzt noch 320 Dollar rausholen. Ich bin happy. Ich hätte es noch in Fingerabdruck mitnehmen können. Dann hätten wir zumindest das Büchlein vollgebracht. Vielleicht hätten wir da noch 35 Dollar für die Fotos bekommen. Ganz ehrlich, 320 Dollar bin ich mit zufrieden. Wäre ich verreckt, hätte ich nur noch null bekommen. Deswegen, ich bin eigentlich happy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. H3 bis dann. Ciao.